Feuerzeug bitte, danke Boah, ist hier ein Feuerzeug, um zu sehen? Lappig Warte So, das Teil ist besser Was essen Wer ändert sich das? Was denn? Taschlampe Oh, nein Das sieht gar nicht an bei dir, oder wie? Wo ist das Feuerzeug eigentlich? Was meinst du zu dir? Ich zeig dir, wie das geht Na klar, bin dabei Haha Ich hab keinen Schaden bekommen Du wirst dich unbedingt überholen, Alter Ciao, du Loser Zack, Tor, er fliegt so runter So, hier machen wir jetzt erstmal Pause Will ich wegschieben? Alter Das finde ich gut, dass das das leichtest zu findende Item ist in dem Spiel Was auch gut ist, dass du das Kletterwerkzeug gesehen hast Das ich jetzt nämlich übersehen gehabt Okay, es gibt der Werkzeug Was meinst du, Thomas? Du weißt Das Kletterwerkzeug hatten wir schon vorher schon Ja, ich meine halt zu der Zeit, als wir es gefunden haben Achso, ja Du bist daran vorbeigeranden Wo ist der östliche, östliche Eingang? Eigentlich hier am Ende müsste der östliche Eingang sein Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Mutant Kannibale Oh, es gibt Schuppi Ich prüge ihn Ich habe das Namen runtergefallen gerade Wie du vorrennst, Alter Ich wollte mich hochdingsen mit dem Kletterwerkzeug Du Hund Hier macht Ich muss das jetzt halt auch mal machen, Schuppi Die eigentlich so weit runterrollen müssen Dass der Kannibale die ganze Zeit auf dich einschlagen kann Ja, der war zum Glück nicht hinter mir Ich habe extra geschaut Du nicht runterklettern kannst, weil er hinter dir steht Und nicht hochkannst, weil ich da bin Wow Das ist super witzig Und ich verreck dann aber Und du stirbst durch den Park, ne? Keine Ahnung Jetzt halt hier hoch und so bla bla Und dann ist da der Ausgang Das ist da aus der Ausgang? Ja Okay Ich als Arzt, ne? Doktor Regulärsitz Doktor Spakabra IP At the top Avoid the right path Which is leading to the large cavern With the crucified man at arm See and multiple carnivores Take the left path Also von hier aus Warte kurz Wir müssen nach oben, ne? Also warte Geh mal weiter Geh mal Das ist der östlichste Eingang hier, ne? Ja stimmt Ja Sind ziemlich sicher Ich vertraue dir jetzt Ich vertraue dir jetzt einfach mal Wo geht's hier raus? Zum links? Zum Eingang? Ähm Müssen wir eigentlich gleich links Irgendwo Vielleicht hätten wir aber auch da die Ausfahrt nehmen müssen Alter Wenn ich so jumpst, gerne Fledermäuse Das ist der östlichste Eingang Ja Lass mich mal raus, lass mich mal gucken, ja Den haben wir gar nicht markiert Da liegt sogar was Gut, dann markieren wir den auch mal, ne? Okay Hey, noch eins mehr Gut, also östlicher Eingang Climb the Rope Hä? After finding Team Miss Toy, climb the Rope Climb the Rope Climb the Rope Wovon redet das nur? Team Miss Toy sollte ich vielleicht involieren Dann sollen wir den Rope Climb Hey, das ist ein Feuersteller Wo sollte ich irgendwo Team Miss Toy Ich kann mal rauskochen Ah, da gibt Ähm Spoils Team Miss Team Miss Toy Hier ist auch noch ein Ausgang War mir hier noch? Ich hab für dich auch noch ein Durch draufgelegt, weil du Hunger hast Achso, hier waren wir gerade voll Ich bin jetzt um Ausgang gerannt Oh, ich merk's Alter, hier liegt, hier liegt was Team Miss Toy Boah Ich hab Feuer Unter Decke Ah, da, wie es versteckt ist After finding Team Miss Toy Lass mich durch, ich brauche die Luft Climb the Rope So, climb the Rope Nach unten wahrscheinlich Das war das, das Rope da hinten Climb the Rope Nein Du hast doch schon wieder zum Ausgang Ne, das ist genau ausgang Da war das, das ist das Climb the Rope, den wir Oh, das ganze Team ist Toy in der Hand Mann, kannst du wegstecken Ich climbed the Rope Climb the Rope at the top Bevoit the right path, which is lead Wasser, Wasser, Wasser Wasser Wasser, gleich mal tauchen Erstmal Rebriefern machen, oder? Oh, hier geht's doch alarm Oh Gott, Alter, was ist hier los Climb the Rope, wir tauchen erstmal Bin mir aber ziemlich sicher, sind wir schon mal durchgeschwommen Ja, ohne, ohne Dings, ohne Rebriever Naja Ähm Bist sicher? Durchgeschwommen sind? Ohne die Rope Eine Todespfanne, oder was? Ähm, das sieht nicht so gut aus hier Ich geh da mal wieder raus, ne? Was da einfach nichts ist? Richtig dreckige Höhle, Alter So richtig Alter, da hätten wir ohne Rebriever hier getaucht, ne? Hätte es ein paar Mal versucht Oh lol Oh ne, dachte ich mir schon, oder? Ja, meint Hast du gedacht, du bist woanders hingeschwommen? Ne, ne, ich dachte man kann den Rebriever, das Licht auch oben an der Oberfläche nutzen Aber jetzt noch kurzzeitig anders, wenn man rauskommt Hm? Wenn man weiter ausgeht Ja, okay Ne, ist schon gut Kachupi Climb the Rope Climb the Rope, ne? After finding team his toy, climb the Rope Kachupi, climb the Rope Äh, Rope Ich muss kurz raus tappen, Puschen Wir machen das anders Aber mein Handy sehe ich so wenig Ha So, und dann entschuldige ich mich mal für das Standbild, ja? Äh, äh Äh, äh Äh Du hast da mal ein Tutorial gemacht von verdammt nochmal 2,5, 2 Minuten 50 Wer, wer? Da hat einer ein Tutorial gemacht von 2 Minuten 50 von The Forest Und hat das gefunden Okay, wir sind im komplett falschen Eingang Oh, ich sehe schon Ja, wir haben, ja Okay, da war ich schon mal Gut Von Timmy Spielzeug fehlt nur noch der Körper und der rechte Arm, ne? Sicher Echt so viel Echt so viel Was brauchen wir nochmal für Sprengstoff? Ich habe kein Tape Was hast du überhaupt, Schuppi? Wir sind im falschen Eingang ran Ja, aber wo gibt's denn noch einen anderen Eingang? Es gibt noch einen anderen Eingang Wann hatten wir den noch nicht? Mh, hatten wir den noch nicht Mh, hatten wir den noch nicht Willst du auf die Karte gucken? Oder ist der weiter südlich? Der ist weiter nie, nie ohne... Westlich Westlich? So einen östlichen Eingang nehmen, der weiter westlich ist? Warte, was du für einen Schein gespielt! Au! Ich bin geschlagen Ich will dieses verknackte Schwert jetzt haben, man Damit es endlich mal vorbei ist Mit diesem beknackten Samurai Schwert Oh, ohne Spaß Katana Ich weiß nicht, das ist zu toll darüber 2 Minuten und 50 Das ist toll gedauert Von dem einen Der ist eine Runde gerannt Oder gleich nach rechts gerannt Und dann hat er es gefunden Und ich will noch, dass die restlichen Teammy Toys haben Das Video auch noch Tja Leute, was soll man dazu sagen, ne? Seid dem Schuppi nicht böse? Er gibt wirklich sein Bestes Dieses Spiel Ja, wir wissen Dass Schuppis Bestes nicht was Gutes ist Aber das ist sein Bestes Ah, der Hund Spiel mal einfach weiter Fühlt ihr seine Good Vibes? Man merkt richtig, wie er in diesem Spiel aufgeht, finde ich Seid sich jetzt aufgegangen, bist du Was ist los, Mr. Bones? Bond Ne, ne, Bones Hallo Und Mein Name ist Bones Chupie Bones Knuck, 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 knuck Knuck, 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 knuck Klipper, klipper Klipper, klipper, knuck, knuck, bounce, bounce, bounce Alle oben fliegt n' Vogel The soul aimed Er schießt Aber wieso hat Wieso sieht seine Map so gut aus, alter und unsere map sieht das wie beschissen von kinderhand kinder hat gezeichnete dreck hier was ist da was jetzt hier gibt wir sind hier in der nähe irgendwo habe ich jetzt noch eine andere karte zu finden da sind ziemlich gute karten beim bm sieht das spiel generell gut aus im gegensatz so und so wie soll man da was machen wir schon so oft aufgefallen da guckt man bei irgendwen rein ich meine wir nehmen auf in 60 fps ich habe alles auf hoch und höher gibt gar nichts mehr was kann man denn sonst noch machen man kann noch aufnehmen in 4k ich zeig dir das video und du wirst sehen was im unterschied und quali das ist man könnte aufnehmen in 4k das ist das auf 1080p runterrendern dann würde die würde trotzdem noch qualität bei bleiben halt 144 hertz wenn man das irgendwie sehen kann ich weiß es nicht so ist ein zweiten bildschirm gönn dir man der link wäre was ins tss liege ich auf desktop alles schuppig schuld da vorne ist es glaube ich oder wie das heißt ja was not responding was soll ich mir da geben hier das video und guck mal wie es bei ihm aussieht eigentlich auch noch dazu nicht dass bei ihm besser aussieht auch die karte ich finde überhaupt nicht dass bei ihm besser aussieht ich hab mir das video jetzt nicht angeguckt du machst es schon schuppig kannst du jetzt einfach auf die karte schauen das ist in der 3 3. sekunde oder so ich hab mir nur die grafik angeguckt hat echt nicht so gut aus da ich glaube das lag bei dir nur daran dass du auf ein handy geguckt hast der bildschirm hat kleiner sieht alles besser aus das spiel ist klar bei dir der nicht mal mehr redet ne was ist denn los bei dem jungen jubi ja was ist los bei dir also fängt er an in einer aufnahme rumzuschweigen dieser qualitätsjunge da fahren wir nehmen mal ein bisschen leder während jubi seine besuchsgates auspackt würde zu gern sehen wie dein zickiges gesicht aussieht jubi außerdem das klasse wenn sammeln jubi ist in der rei ich bin sehr sehr stolz auf dich hast du gut gemacht jubi hast du echt gut gemacht kriegen wir bitte mal ein hashtag lolly für jubi bitte damit er wieder gut drauf ist immer wenn der hunger ist wird er zur diebe ganz schön tief runter hier ja gut kann sein dass das katana leicht zu finden ist wenn wir in der höhle schon mal gewesen wären wobei es nach karte aussieht als wären wir schon mal gewesen bei mir war die karte ja nicht da du bist eingefressen von irgendwas oder was da ich hab's hey katana katana oh mani oh essen oh noch mehr essen ganz viele uhren und da ist es das katana ah sind nicht gefunden easy finally boah haben wir eigentlich alle hüllen durch ausser die mit der keycard und zinkhole ja wir bauen noch die hülle mit der keycard und ein timi toy noch dann ist es fertig ja easy kommt hier auf einmal progress wo google im spiel ist mhm wir so viele höhen nicht gefunden haben vor allem die an unserer basis ist halt das lächerlichste überhaupt jesss naja ne aber die war eigentlich auch ziemlich unnötig die an unserer basis sind wir wenig weiter gekommen ja na dann willst du das mit der keycard jetzt noch machen oder wollen wir zurück und aufhören für heute ja ich weiß nicht ob ich meine ahnung wo eine keycard ist ähm also du brennst also ich dachte der mutter ähm alter keycard wo sollen die bitte sind doch witzig wenn ich hier auch noch irgendwo wäre hm ich glaub nicht zwei keycard noch zu nehmen wie viele keycard zwei the tribe in der mass grave brasilia bei einem m ich glaub hier gab es die taschenlampe gerade also cave 6 bei den shipping containers ok da gibt es eine cave wo bei den containern ja ja die haben wir eben markiert aber ja da